Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock. Und ja, wir waren in diesem seltsamen Raum, stehen wir mit diesem etwas eigenartigen Gebilde, das haust wie ein Creeper. Und ich fange mit Rucklern an und ohne Musik natürlich. Ah, da ist er doch. Ach du Scheiße. Okay, das muss ich wohl nochmal üben. Na gut, das kann nicht einfach so. Nein, nicht einfach so. Ja. Ah. Okay. Ah. Ah. Nein, nein, jeder darüber. Hey, hallo. Und, und, ja. Äh. Okay, na egal, solange ich durchgehen kann. Da stand aber nicht zufällig irgendwie ein Schild, ne? Hm. Nö. Äh. Äh. Boah, ich kenne das. war es nicht gemeint war mal runter na gut ok ein paar cobwebs und ein schalter da bin ich gestartet muss ich da runter hier waren keine schilder mehr ok nach dort muss ich nicht man ist das hier erlaubt gut abgesehen davon ist es nicht möglich ach moment da ist etwas hochgegangen ok dann gehe ich da lang achso genau die musik ist jetzt nicht mehr von kstbeats die gefiel mir jetzt nicht ganz so gut jetzt habe ich wieder die musik von pepified music und damit bin ich zufrieden nein das war immer mal nicht schon da also eben nicht da oder achso einfach nur für licht hey lichter hoch auch nur licht erster hebel betätige bei der hebel äh da ist die nächste plattform ach sick äh muss ich jetzt nach hinten zurück ach gott noch aber dieses schluss ist nicht so wie in der trocken wenn man zum fall liegt es nur 7 prozent aber daran liegt es nicht weil ich hätte mir ja teils unter 30 frames das ist ja total scheiße mal max fps was kann ich denn hier noch machen Fock, machen wir mal aus. Ach, naja, ich glaube, es hat sich jetzt hier nix. Ach, das nervt hier mit diesen Lianen. Ey, das ist doch zum Kotzen. Hoch muss ich ja nicht eigentlich. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verschnupft im Moment und äh, ja. Hopp und muss ich dann diesen Lianen vorbei. Okay, die sehen zwar dekotechnisch nicht schlecht aus, aber um hier langzulaufen nervt es. Boah, mein Gott. Ist doch nicht möglich. Hm. Und, hopp. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier dran sitze. Gut, für Jump'n'Run und Minecraft war ich noch nie wirklich zu haben. Aber dennoch spiele ich diese am liebsten im Gegensatz zu anderen Adventure-Maps. Mann. Was soll denn der Scheiß? Ja, man hätte es aber auch anders machen können. Ist es da hochgehen können, dann muss ich immer da diese blöden Leitern hoch. Miese Sache. Mein Gott, ich habe aber auch ein Talent wieder. Ich habe aber auch ein Talent wiederzulegen, ich habe auch ein Talent wiederzulegen, ich habe auch ein Talent wiederzulegen. Wenn das so weitergeht... Nein, du wirst nicht cheaten. Hör auf damit. Ahem. Sorry. Kann ich hier einfach da drauf? Das ist Theater. Was auch immer jetzt passiert ist. Ach. Aber gedrückt habe ich ihn. Jetzt muss ich nur wieder da hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich da vielleicht geigt habe. Da kommt kein Lied mehr. Also dieses heftige Nebengeräusch, was ihr da hört, ist übrigens von meiner Terrormaschine. Mein PC. Jetzt muss ich aber mal grad hier gucken. Oh Gott tut mir leid. Ah, ich musste mal grad niesen. Komm schon. Ach. Ach. Mann. Ich bin doch ein Profi. Ach Gott. Wenn ich jetzt auch mal noch Essen suchen müsste. Dann wäre hier alles... Und dann wird hier nichts kloppen, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht halb so weit. Oh mies mies mies. Umdrehen. Ich dachte eher Sila, aber würde rauslaufen. Aber dieser Wasserstrahl hat doch bestimmt was zu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt da hoch müssen irgendwie. So schwer ist es doch auch nicht. Ich gehe mal davon aus. Creeper inside. Ja genau. Okay. Mhm. Eine Creeper von innen. Wow. Aha. Hirn eines Creepers. Oh. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Weg. Ein Minecraft. Ich würde schon sagen, und du gehst mal weg da. Emma. Oh, da waren Diamanten. Oh, das war es. Okay. Für mich wäre mein Checkpoint angebracht. Okay. Das war das blaue. Hm. Was ist das denn hier? Und jetzt habe ich was mit der Kettenreaktion hinter dir. Okay. Auf jeden Fall geil gemacht. Aha. Boah. Gerell gemacht. Auf jeden Fall Respekt dafür. Das würde ich nicht hinkriegen. Ich bin so gesehen ein Red... Ach du Scheiße. Redstone Noob. Noob. Nochmal. Licht. Cool. Was war das? Ein Monster-Rock-Land, das bei dem Texture-Pack. Ach Gott, scheiß PC. Hä? Oh. Interessant. Ich versuch da voll drauf zu jumpen. Und. Und. Hui. Hopp. Aha. Armes Schwein. Es gibt zwei mögliche Schalter-Kombinationen, schätze ich mal. Naja. Es ist zum nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. Ich mach die Schalter richtig noch. So. Tschööö. Haha. names Hey.